Tut-Anch-Amun, heute Ägyptens bekanntester Pharao. Den Thron besteigt er als Kind, vor rund 3300 Jahren. Er stirbt jung und ist schnell vergessen. Weltberühmt macht ihn erst die Entdeckung seiner Totenmaske. Es ist sein unermesslicher Grabschatz, der alles überstrahlt. Wer er war, ist nur wenig bekannt. Im Land am Nil will ich dem Menschen Tut-Anch-Amun näher kommen. Ich möchte seine Familiengeschichte verstehen. Wie bedeutend war er als Pharao? Wie sah sein Alltag aus? Und nicht zuletzt, warum ist er so plötzlich bestorben? Untertitelung des ZDF für funk, 2017